Die besten sieben veganen Hotels in Italien für bewusste Reisende. Italien ist ein Land voller kulinarischer Traditionen und einzigartiger Landschaften. Doch wer denkt, dass es hier nur Pizza, Pasta und Käse gibt, wird überrascht sein. Immer mehr Hotels spezialisieren sich auf vegane Angebote und schaffen so eine perfekte Verbindung aus Genuss, Nachhaltigkeit und Erholung. Doch welche veganen Hotels in Italien bieten das gewisse Extra? Vegane Hotels in Italien verfolgen nicht nur eine pflanzenbasierte Küche, sondern achten auch auf Umweltschutz und lokale Traditionen. Hier wird deutlich, dass nachhaltiger Tourismus und Komfort kein Widerspruch sind. Von der Toskana bis Südtirol, es gibt viele charmante Orte, die vegane Lebensart auf höchstem Niveau präsentieren. Ein Vorreiter in dieser Kategorie ist das Vegan Agrivia i Pini in der Toskana. Dieses charmante Boutique Hotel bietet regionale, vegane Gerichte, die aus biologischem Anbau stammen, sowie einen atemberaubenden Blick auf die sanften Hügel der Region. Ebenfalls in der Toskana liegt das Villa Veganer. Hier erwarten die Gäste vegane Gourmetmenüs und individuell gestaltete Zimmer, die zur Entspannung einladen. Wer die Berge liebt, sollte das La Vimia Biotique Hotel in Südtirol besuchen. Dieses Adults-Only Hotel vereint vegane Küche und Wellnessangebote inmitten alpiner Natur. Ebenso beeindruckend ist das Paradiso Pure Living, das erste rein vegane Hotel auf der Seiser Alm, wo Gäste nach einem Tag auf der Piste pflanzenbasierte Köstlichkeiten genießen können. Für Strandliebhaber empfiehlt sich das Borgo Ignatia in Apulien, das zwar kein rein veganes Hotel ist, aber spezielle vegane Menüs anbietet und Wert auf regionale Zutaten legt. Weiter im Süden, in Kalabrien, liegt das Torre Sant'Antonio, das nicht nur historische Architektur, sondern auch vegane Speisen in mediterranem Ambiente bietet. Ein weiteres Highlight ist das Icazali di Icole San Paolo in Umbrien, das Apartments mit veganen Optionen und einen traumhaften Blick auf den Trasimenischen See bietet. Hier erleben Gäste eine Mischung aus Naturverbundenheit und kulinarischem Genuss. Egal ob in den Bergen oder am Meer, vegane Hotels in Italien machen es leicht, nachhaltigen Urlaub zu genießen, ohne auf Komfort zu verzichten. Welches vegane Hotel würden Sie am liebsten besuchen? sehr, 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 sehr... Bis zum nächsten Mal.